Ja, mit der schönen Web-Anlage hier. Willkommen zurück zu Minecraft-Fotland. Hoi! Ich bin Nico. Hey! Musik geht richtig ab? Läuft? Ja. So, wir haben der Aufnahmepause, beziehungsweise nach der Aufnahme, haben wir erstmal schön Play gefarmt, den auch schon gebraten, wie man sieht. Ja. Und den ist jetzt nur noch mit... Drück mal rüber. ...bissem Sian. Nö. Wie ist noch ein Stack zum Tessen? Wir haben noch knapp. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben vier Stacks, 16. Vier Stacks, 16 drück mal. Geil. Ähm, ja, wie, äh, Sian, 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 Dall, ähm, Kaktusgrün und Lapis. Ja, ich kümmere mich um die Kakteen, weil wir haben draus noch einige. War das Sian? Ist der sicher? Ich meine ja. Was sonst? Ja, okay, das ist recht. Okay. Äh, Kakteen und Lapis. Lapis haben wir wahrscheinlich... Hm, ich weiß gar nicht, ob so viel. Doch, sechs, äh, sieben Monate oder was? Warte mal. Okay. Ähm, Kaktoos haben wir 32 gestückt. 32 Kakteen? Wollen die nicht mal anpflanzen? Da sind welche eingepflanzt. So. Kann ich die alle verwenden, oder? Die 32? Ja, kannst du. Ich geb dir sogar noch welche gleich. Muss ich die, äh... Ja, ich muss die fragen. Ja. Das ist ziemlich cool. Oh, ja. So, die 32, das ist ja nix. Das ist ja gerade mal ein Stack. Aber ich bekomme immer doppelt so viel raus. ich habe hier wirklich drei und eins brauche ich für neun blöcke vielleicht sollte erst mal mit langer machen ich kann das 96 machen ich habe doch ein bisschen zu viel gemacht nico egal wir haben vorrat dafür keine kaktinnen mehr ja das ist egal ich habe wieder einiges erstmal ins system da kann man einfach färben willst du mir gerade mal in die pausch und so das zeug ja wow das holz raus die pausch müssen wir mal dringend leeren ist der wahnsinn was da alles drin ist ja aber alles was man braucht eigentlich okay die effektion mal echt nicht und auch das mit dem nico ich brauche den clay nicht die kaktien ach so die parachute kannst du auch mal raus tun eigentlich wenn er holen wird können es ja aus dem system holen wir anschauen wir wieder den parachute genau weil wir die folge anfangen 101 was schon wieder eine ähnlichkeit her ist und es gab mir die 90 zu draußen also ja auch relativ wenig mutter aus mal gucken irgendwie mal ändern ein bisschen mehr aufbauen vielleicht irgendwann trainer folgen vor ort ja zwei bis drei hundert folgen vor hat das 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 oder ich bin ja auch ein kleid okay genau die hälfte das gleiche und dann können wir auch mal aufbauen wo hat das viel schaden gemacht heute ich bin die ganze zeit auf den karakteren gelaufen das ist dann ist es zum abbauen und die ganzen sachen nicht runterfallen das zielt super viel energie das ist krass ja klar macht auch eigentlich schon verschaden ach ich bin so dumm wir haben doch das portal oben ich bin runter in den bahnsteig ach scheiße das portal ist jetzt oben im raum ich bin runter zum zugelaufen ich weiß das jetzt gewesen was wir jetzt mit oben im raum ja hier neben dem system direkt wo das andere portal auch ist ich dachte eigentlich dass an der beim labor das hast du umgesetzt einfach weiter da wo wir es brauchen ja ja hab ich ja auch ich wollte gerade zum labor und ich dachte so hä 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 was ist das portal denn das ist ja hier guck hier wo ich stehe das ist ja hier wo ich stehe das ist ja hier wo ich stehe das ist ja hier wo ich stehe das seht ihr dich nicht geil geht geradeaus ich hab noch einige lenks geht geradeaus ach ja jetzt ich dich da ja ich habe schön durchs portal gehen das wird jetzt dauern ja jetzt sowieso schon deckt das ist ja sogar hier drüber aus ich sehe sich das nix schwarze wird auch gut mit minimap und da steht oben glück auf kreuz und mein bänden tag das hat sich nichts schwarze das ist ja das ist immer stehe als an sich sieht so aus als würde ich in der wand stehen das stimmt aber Keiner was. Vielleicht nicht. Eine gute Idee, das aufs Clay zu machen. Okay. Ich baue das erst unter der Treppe gerade. Um auch schön die Blöcke zu verschwenden, wo wir sie gar nicht brauchen. Ich werde es jetzt auch mal sehen. Ein Clay jetzt lass ich mich das mal sehen. Ja, ich baue doch noch. Oh, eins lag schon weg. Sonst mal ansatzweise was gebaut. Sonst mal ansatzweise hinten meine Treppe fett. Aber wie ist es jetzt schon mal so? Ja, dann machen wir es ja eh so oder so. Ach. Da soll ich eh schon rum bewegen, oder? Kann nicht. Kann nicht bewegen, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es final ist. Oder ob es wirklich wieder einfach nur ein Bug ist. Aber es sieht gut aus. Ah, hopp. Wow, blei. Das ist ja einfach reported. So. Ja. So, jetzt kommt zwei Seks weg. Alter. Jetzt noch nichts mehr. Nichts. Ach, Stück. Och, nö. Das ist ja. Wie viel brauchen wir denn da? Boah, das dreifach oder so. Ja. Ja. Ich hab drauf. Ja. 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 Mitbauen. Ich hab da was hingeklatscht. Was? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Für die Treffe. Nein. Ja. Ja, wir müssen doch arbeiten. Boah. Okay. Jetzt hab ich nur ich nichts mehr. Boah, super. Oh, shit. Lass einen Block. Ich verbaut aber. Yay. Damit kannst du jetzt alle fertig bauen. Alle. Wow. Super. Ich bin jetzt das Letzte. Ah, ich hab noch ein bisschen was. Na komm. Dann mach rein. Okay. Okay. Ne, okay. Jetzt doch bitte brauchen wir nochmal. Also nochmal ungefähr. Ja. Fast 4 Stacks. Ja. Aber 4 Stacks. Ja, ist auch als Vorrat. Ist zwar ein bisschen dunkler. Aber ich glaub das ist noch ein paar als das Mögliche. Das ist cool. Wusen ich nicht? Was? Fluxlevel? Hm? Was war denn das Lichtlevel? Ich weiß nicht bis heute mal. Ich hab nur noch nicht nachgeschaut. So. Aber F3 oder X7 was eigentlich? Cool aus. Fluxlevel? Aber Fluxle 60 kann nicht sein. Beleuchtung wahrscheinlich. Hier können wir spawnen wahrscheinlich wohl stehen. Was mir auffällt. Schau mal hier oben. Äh, ja. Da. Da hab ich was vergessen. Ich hab grad keiner und du? Ich hab... Doch, ich hab welche Leute. Geil. Ich würde sagen, es ist egal. Wir gehen mit eFa und gehen. Aber wenn was hat mich aus, dann dauern. Ach komm. Es nimmt gescheit an. Es nimmt gescheit an. Mit übertriebenem Bauwerk. Veranscheißportal. Veranscheißportal. Veranscheißportal, man. Das muss ich auch vorgeben, ne? Das ist... Boah. Das sieht geil aus. Wenn man so'n Claybone anschaut, ne? Da kann man grad öfters verwenden, aber... Nein. Oh, Stream hängt. Schön. Oh. Oh. Echt jetzt? Ja. Oh, das Remake tut mir leid. Also wieder. Aber das ist nicht mehr synchron. Naja. Das sieht schon ziemlich cool aus. Wobei ich fast sagen würde, wir könnten... Und ja, schau mal. Ja. Ähm. Wie wär's, wenn wir das so machen? Ja, es läuft besser. Sorry, dass das schon gedauert. Gerade da unten hängt. Scheiße. Ich kann nicht verwenden. Wahrscheinlich, weil es jetzt mal interviewiert scheiße ist. Wirklich. Zum Glück haustest du grad zu greifen, Nico. Sch... Nee. Stimmt nicht. Du hast mich angerufen. Was? Stimmt! Ja. Ah. Zum Glück haust' ich. Scheiße. Wir müssen doch vielleicht gleich mal nach der Aufnahme ändern. Hä? Du bist öfters zu bewegen, Charakter. Ja. Ja, aber dann war auch... ...durch den Wind... ...durch den Wind-Mod. Hm. Es ist so wenig drin, Nico. Dann müssen wir einfach weggeschoben werden. Ja. Du kannst ihn hier hinlocken, damit dann... ... so nach der... Bam, bam, bam. Auf das Portal schießen ist aktiviert. Nee, keine Ahnung. Und wenn das Portal hochgeht, ne? Mega, Alter. Dann wäre die ganze Treppe weggespringt da vorne. Hm. Ja, Streaming schon wieder. Nice! Oh Mann, ja, ich will nachher dann keine Musik einfügen. So, dann... Wollen wir hier weiter? Wollen wir hier auffällt... Wollen wir hier eigentlich die Treppen machen? Oder wollen wir da auch... ...ääh... ...slapsen nutzen? Hier oben? Hier oben. Hm. Wo Treppen? Warte, ich mach mal... Ääh... ...bispielsweise... Wollen wir mal das... Ach, da hast du Läppchen? Ne, das sieht scheiße aus, sonst ist das... ...nicht so rund, weißt du? Oder darfst du Läppchen machen? Ne, da finde ich das... ...bisschen... ...freier aus. Finde ich gar nicht so schlecht, aber... Ne, ich will das andere Läppchen irgendwie... Okay... ...wohl... ...nä, das passt nicht... ...mach mal anderen... ...kann ich kann sich entscheiden, also... ...lassen wir es einfach... ...fest... ...ja... ...okay... ...wollen wir ewig... ...um das mit Offscreen zu sammeln, dort ist ewig... ...und für die Aufnahme... ...und dann wieder 3, 4 Folgen... ...super... ...3, 4 Folgen Clayfahren... ...wir haben alles weggefunden... ...puh... ...ach, hier weiterbauen... ...äh... 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 ...warte mal... ...äh... ...ähem... ...ich hab auf jeden Fall gegangen... ...ich weiß ich schon mal... ...ich weiß ich schon mal... ...wau... 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 ...ich guck grad mal nach... ...da ist... ...und dann ist da... ...das Richtige... ...ja... ...ich hab ich hier ein bisschen... ...und da kommt direkt das... ...da brauch ich schon... ...wau... ...schon mit dem Platz... ...ok... ...bekommen... ...hm... ...warte mal... ...ist du da... ...ich blöcke... ...guck mal Nicole... ...ich steh jetzt direkt nach der Wand... ...müssen... ...müssen... ...ich soll so 5 Flöcke Abstand sein... ...von mir jetzt... ...ja... ...bis zum Gang... ...ta ist... ...da stehst du... ...ja... ...warte mal... ...warte mal... ...warte mal... ...warte mal... ...die... ...die... ...musik ist zu Ende... ...die nächste Saison kommt... ...bei mir nicht... ...weil ich jetzt... ...mir gibt's eine Verzögerung habe... ...und so kurz... ...ganz kurz was machen... ...oh... ...und so kurz... ...und so kurz... ...und so kurz... ...nächste wäre ja... ...fünf... ...abstand oder? ...weißt du, dass wir wieder so ein Eckling haben... ...2 Grad... ...und wo brennt was? ...er ist da oben drüber ein Brenner... ...kann sich verbraten hier auf... ...das wird auch was... ...ja... ...weil ist jetzt okay... ...er gleich bretti überall ist... ...alles brennt ab... ...alles okay... ...keine Gedanken... ...keine Probleme... ...alles gut... ...ja... ...Holz hat halt... ...Holz hat halt seine... ...Nachteile... ...und Quarz auch... ...ja... ...Quarz gibt's wenig... ...und Holz gibt's... ...ist brennbar... ...ja... ...Alte kreuzung wird das okay... ...ja... ...ne Kreuzung... ...die Rische weiß noch ganz was zu bauen... ...ja... ...ich kann das erstmal... ...also offen lassen... ...für irgendwelche Aktivitäten... ...ok... ...Hauptsache geht's... ...hauptsächlich geht's jetzt... ...und geradeaus geht's auch noch weiter... ...ah ok... ...da kommt in unsere... ...Haupt... ...Maschinenraum... ...Aufmannsraum hin... ...keine Ahnung... ...Krachtingraum... ...für die beiden vier... ...so... ...wir sowieso ne Viererbreite... ...das heißt hier... ...ist noch... ...Flur... ...also... ...Gang... ...weil ich... ...und hier kommt Holz dann... ...da ein Quarz... ...ja... ...schööööö! wieder so eine Abschottung reingebaut in meinem Plan hier. Wo doch keiner ahne, ob es so abgeht. Das ist halt, deswegen gehen wir hier drei rein heute wieder in die Eckenlampen und so reinhauen können. Ach, hier kommt jetzt eh erstmal Wand hin, ne? Das ist Wand hier, theoretisch, genau. Warte mal, einen brauchen wir gar nicht. Warte, zwei, nur zwei. Nein? Wie nein? Da kommt noch ein Gang rein. Also, beziehungsweise, da kommt's. Achso, wow, ich hab nicht gesehen hier. Oder? Da noch? Ja, hier auch noch. Uff, so. Jaja. Wow. Und dann, und dann dann wieder rein. Oh, das sind wieder Gase. Ach, ist das schön. Ich hab ja keine Fackeln. Ist egal. Alter. Oh, das ist ein Holz abgebrannt. Ist ein Arm. Alter. Willst du mich verarschen? Was ist die teure, das Zeug ist? Die Lampe auch gelohnt, ne? Ja. Boah. Ne, zum Glück nicht. Mit dem Lampe kann auch alles brennen. Aufwärts. Boah. Das holt auch mit Holz zum Boden, wo es auch noch brennt. Och geil. Ja, egal. Als erstes, was machst du da? Schorste. Ich dachte, da oben brennt ganz Holz ab. Ich dachte, da bleibt schön unge Blöcke. Wo machst denn den Block ab? Wo machst den Block ab? weil der etwa wie noch habe es noch mal was ich in kathlet abgebaut ne ich hab die warum wird die mutterin und bürgermeister aber auch mit der hand abbaut richtig dann noch langweilig jetzt und dann haben wir zu platzen nicht passiert ohne decken was gerade mehr rechts übelst wahrscheinlich ist sie wieder an so ein block schau dir mal den schönen boden übrigens an ja ja sorry ich wusste nicht ob das alte ist okay wo ist die fackel fackel und hingesetzt zu spät zweimal gase doppelt gedoppelt schön musik von mittel komplett aus das ist dann geleckt ich verstehe ich den skype kaum noch weiß läuft dass wir sagen wir schauen danach mal was mit dem internet los ist ja das ist der wahnsinn ich weiß keine probleme und kommt man nach immer noch zehn minuten keine ahnung dann noch funktioniert es ja einigermaßen ich war musik komplett auspricht ja nichts weil die folge ohne musik dann ist das nicht mehr egal dann habe ich noch was ich muss nicht über musik geballt dann war bei jeder modell voll musik dann warte mal warte mal einfach die zwei glöcke hier noch machen ich muss so und ein holz ok und wie weit macht man das dass sich um den schlag gestellt du bist nämlich reingelaufen ich stehe ja schon seit ewigkeiten ok also zehn sekunden aber aus meiner Sicht bist du einfach in meinen schlag gelaufen ich meine nicht bist du im Schrein gelaufen oh man naja egal ist nichts passiert kein kopf abgefallen alles gut weißt du das weiß immer nicht ja so der raum ist mal wie wie Stargeldraum ne er geht jetzt nicht länglich geradeaus ne ist nur die breite jetzt die breite ist geradeaus und die länge ist nach rechts und links ach nö das ist ein witz warum viel Spaß warum ich bin raus warum weil ich keine Lust habe das ich hab keinen Plan aber das ist doch voll easy einfach einen Raum bauen ein quadratischer rechteckiger Raum fangenlos nico so und wie machst du die Decke kaputt ich mach erstmal zu bevor ich wiederkomme ist das Gase oder sonst keine Gase ne ich hab dir auch zugebaut ach ja verrückende Musik grad so ich würd sagen oh ist das Handy alter guck mal einmal kurz nicht drauf ne 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 eee ich würd sagen hm ja ich die Decke kaputt machen jetzt braucht da noch falsche Steine da rein ich werd nicht mehr ähm 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 wollen wir den so breit machen wie unseren Aufmerzraum in unserer anderen Base Maschinenraum ich mein das Maschinenraum ja könnte man machen wollen wir mal gucken ich guck mal wie breit er war ok ja ich war einfach schon mal ein bisschen aus vor allem was ist die Breite der ist eigentlich quadratisch stimmt na nicht ganz also eins zwei drei vier Gase fünfzehn fünfzehn Blöcke Boden kann man auch mal machen fünfzehn Blöcke ja also fünfzehn mal fünfzehn nein fünfzehn mal fünfzehn mindestens da wird später noch gesplittet das gesplittete Raum es wird allerdings noch der Raum er wird so ein Flugs hergestellt der braucht ein paar Maschinen so und so und braucht den Platz das heißt wird ein großer Raum für die größte Raum bleibt ein ähm der ganzen Bär ist hier ok größer als das sei obwohl größer weiß ich gar nicht größer als das sei weil das ist schon riesig aber ja von der Höhe wird nicht eine größte aber vielleicht von der Quadratfläche meterfläche weiß ich schon fünfzehn Blöcke ey wir werden nicht drei zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun schlucht geil Nico wir haben Problem komm mal her komm mal her komm mal her guck mal hier aus dem Fenster du stellvertret sich leicht ja ich bitte ohne runter zu fallen mhm darum müssten wir uns erst einen kleinen Raum errichten ist halt das Quarz boah und du am besten abgörst wenn du es weckst ja 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 ich mach schon wo ist denn der ach da ich habe schon weg nicht in der Schlange und tschüss wiii alter muss ich hier drüber bauen crazy shot das wird schon ja oh fuck hab ich hier eingang verpasst so hm wow wie viel Glück war das jetzt 3 15 5 6 7 8 9 ich mach direkt Quarz ne und wollen wir einen anderen Boden nehmen Clay pfff ja Clay 10 11 12 13 14 15 ist direkt an der Art und drüben direkt andere Watt schlucht ok nicht überall aber 2 4 so ok nicht lang ok breit ist eh schattlich breit ist eh schattlich breit ist eh schattlich egal ich mach mir ganz am antrag so schönes kleid rein kann und creep an alles dann haben wir es hier an mittlerweile ja oh ja schön ich hab schnell so plötzlich bis einfach mit drast mich abgebaut ja ist doch normal bei mir was mit der internetverbindung müssen wir echt schauen ja nach 5 Minuten ist der wahnsinn wieso war ich da oben ab ich weiß nicht ich bin so hoch ich weiß nicht wie hoch den Raum machen möchte ich wollte so 4 Blöcke hoch oder so machen ne 3 4 3 weil zum arbeiten muss eigentlich 4 machen oder 4 4 ja achso gängerin 3 huch was mach ich denn da ähm ich weiß nicht Alter wir haben überall 3 gemacht wtf egal auch mal dran wird auf jeden Fall 4 auf Platz 4 ok ja Alter ich mach Paul lieber auf der anderen Seite ab ich hab ein bisschen Schiss von dir oder ja also beide Richtungen 25 oder wie ich einfach mal sagen wobei ich glaub naja obwohl er geht eh weiter in die Richtung als in seine Richtung äh wohl eigentlich scheißegal ach das ist scheißegal weiter weiter ruhig weiter weiter 25 gut das ne ja nicht ganz ja da hat ein bisschen mehr ist doch wurscht 3 bis 20 müssten es sein beziehungsweise zwei abgezogen wegen den Wänden das heißt ein was ist der 22 ne Wände kommen dazu ne Wände kommen dazu ne Wände kommen dazu ne Wände kommen nur als die Fläche wo man hausen kann ohne Wände hm ja wenn ich mal wegen dem Eingang abziehen ah der hat wahrscheinlich wegen 25 hm ach von hier von den Pfosten hier 25 Blöcke 3 4 5 6 mach keine Angst bau einfach ne 7 8 9 10 11 12 13 Alter der wird voll lang ne naja hm der wird ziemlich lang und groß ja vielleicht 50 Blöcke doch ein bisschen übertrieben hm machen wir beide 20 Blöcke machen hm 20 Alter du bleiblich gleich äh von den beiden fucken am Eingang aus Alter wie das leckt hm hm 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hm 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 ja passt pf ne Alter, sag ich mal kurz mal ab. Dann schon direkt. Höh! Alter! Boah! Schockt mich doch nicht so. Ich renne rein, juhu! Nein. Alter, dreiner Herzen hab ich noch. Wow! Oh, sag ich mal, ich werde schon lang und so. Jaaaa, na gut. Wenn du mich schlägst. Okay. Alter, siehst du noch genauer Sicht? Worauf ich hier anzoomen würde? Nee, nicht ganz. Das ist für mich. Naja. So, also ist die Folge zu Ende, yay! Hab dich die Folge getroffen, dich wieder mit Mucke? Weiß noch nicht. Und hoffentlich ohne Gerükel bei mir. Und ohne teleportierende Nico bei mir. Haha. Find ich irgendwie ganz töfte. Aber mal schauen. Gut, und danke schön fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge von Minecraft. Modland. Ciao!